Hallo, ich bin Simon von Talentide Zürich und ich zeige euch heute eine Sprungfolge für den Gummi-Tweast. Das wäre das Einwärmen, könnt ihr die Knöchelhöhe einstellen und dann legen wir gleich los. Loop it! Ich bin Simon von Talentide Zürich und ich bin Simon von Talentide Zürich und ich bin Simon von Talentide Zürich.